Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Walpers Meerwasser zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es sich um das Update Status des Aquamedic Yasha 60 und ja ich möchte euch ein kleines bisschen mitnehmen, was bisher geschah, was ich gemacht habe, was ich mit diesem Becken eigentlich verfolge und versuche euch zu zeigen etc. pp. Was ist an Technik dazugekommen, was ist sinnvoll, was ist nicht, was kann man machen, all das will ich jetzt hier in diesem Video ein kleines bisschen darüber reden. Also legen wir direkt los. Fangen wir mal so ein kleines bisschen an, was hier, wie ich mit dem Becken gestartet bin. Das Becken ist von Aquamedic herausgebracht worden in drei verschiedenen Versionen. Einmal das 60er so wie hier, dann haben wir ein Aquamedic Yasha 70, das ist etwas breiter, ich blende euch das jedes Mal ein und wir haben das Aquamedic Yasha 90. Das ist dann, ja, Gesamtvolumen 90 Liter. Hier handelt es sich tatsächlich um die kleinste Version und da bin ich auch recht glücklich drüber. Die passt hier formschön genau drauf, kein Problem. Die größere Version hätte wahrscheinlich bis hier außen gepasst, aber nach hinten hätte das nicht vernünftig gepasst. Von daher habe ich gesagt, die kleine Version reicht mir. Und mein Plan war es und ist es immer noch, euch da draußen zu zeigen, dass mit einfachsten Mitteln tatsächlich so ein Becken betrieben werden kann. Und zwar einerseits mit Wasserwechseln, die man, ich sage mal, nicht so wie man es kennt, jede Woche macht. Ich betreibe hier tatsächlich Wasserwechsel alle zwei bis drei Wochen. Der Plan war am Anfang alle 14 Tage, also sprich alle zwei Wochen. Tatsächlich ist es aber auch hier möglich, das Ganze länger zu betreiben, bis dann halt die einzelnen Tiere, das sieht man dann meinetwegen hier oben bei dem Palitoa Grandes oder hier hinten bei der Gorgonie, die dann mal zumacht und dann sagt, ja, jetzt ist hier irgendwas nicht ganz so toll, wie ich mir das vorstelle. Dann, das sind so die Indikatoren, wenn irgendwelche Korallen dann zicken, dann kann man dann halt hingehen und sagt, okay, dann machen wir eben jetzt den Wasserwechsel. Versorgt werden die Korallen hier mit dem Wir haben ATI Nutritons N und P. Ausgerechnet habe ich mir hier für dieses Becken, das sind so Pi mal Daumen ungefähr 0,48 bis 0,58 Milliliter pro Tag, was an Nährstoffen reingeht. Kommen wir dann gleich im Nachzug bei der Technik nochmal da drauf, wie ich das hier einbringe. Ja, gestartet ist das Ganze eigentlich vollständig tot. Wir haben hier das E-Purif drin, als Hang-on-Version hinten am Schacht, das ist ein Prototyp. Entsprechende, ja, sag mal, Serienmodelle werden hoffentlich noch im Laufe dieses Jahres rauskommen. Norbert arbeitet ganz schwer da dran und dass das fertig wird. Der Bodengrund hier sind die Tonga-Perls, die ihr auch schon unten aus meinem großen Becken kennt. Und ja, die Korallen, die ihr hier seht, das sind tatsächlich alles Korallen unten aus dem großen Becken. Da ist also jetzt nichts dazu geholt und ich habe mich hier tatsächlich auf Korallen beschränkt, die relativ einfach zu halten sind. Ich bin jetzt im Nachhinein jetzt hingegangen und habe im oberen Bereich mir ein paar Steinkorallen reingesetzt, um zu testen, ob das funktioniert. Um im Prinzip den Beweis anzutreten, jo, können wir machen oder nee, lass mal lieber. Aber Fakt ist, gestartet sind wir hier mit einfachen Tieren wie eine Sinularia, Pilzlederkoralle, da hinten ist noch eine Sinularia Mollis. Mit Zoas, mit Scheibenanemonen, hier hinten mit einer Gorgonie, einfache Goniopora, eine Chalice, ein auf zwei hier. Möchtest du eine Nachricht? Nein, heute nicht. Und das hat bisher sehr, sehr gut funktioniert. Also ich habe tatsächlich hier alles direkt in Betrieb genommen, so wie es jetzt ist und die Nährstoffversorgung angesetzt, gemäß Berechnung auf der ATI-Seite. Und seitdem läuft dieses Becken hier in dieser Form. 14 Tage bis drei Wochen Wasserwechsel und die berechnete Menge an Nährstoffen täglich rein. Tatsächlich habe ich bisher nur über den Korallenwächter mal eine Messung von meinem KH gemacht und meinem KH, Calcium und Magnesium. Genau die drei Dinge misst er ja. Um zu gucken, zieht das Becken in irgendeiner Form am Kalkhaushalt, muss ich dann dementsprechend hingehen und ein Versorgungssystem dranhängen. Aber tatsächlich ist das hier im Moment noch nicht nötig, weil die paar Steinkorallen, die ich hier drin habe, die ziehen tatsächlich so gut wie gar nichts. Wir haben immer noch einen KH von 7,2, 7,3 und das über 14 Tage. Das heißt, wenn ich einen Wasserwechsel mache, dann frische ich das ein kleines bisschen wieder auf. Tatsächlich habe ich mal einen Schuss KH-Flüssigkeit von den Essentials nachgearbeitet, um den KH wieder ein kleines bisschen anzuheben. Aber das war es dann bisher auch. Also das ist nichts, wofür ich es in eine Dosierpumpe anschließen würde. Verbaute Technik ist jetzt hier tatsächlich ein Part für sich und da gehen wir dann jetzt auch mal separat drauf ein. So, kommen wir mal zur eingesetzten Technik. Tatsächlich ist hier ziemlich viel dran verbaut, was eigentlich für den Grundbetrieb eigentlich gar nicht notwendig ist. Einige Sachen sind essentiell, wo ich sage, die brauchen wir definitiv. Die, finde ich, sind definitiv notwendig und andere sind halt on top. Fangen wir mit dem an, was wir definitiv brauchen. Das Becken. Klar, logisch. Wir haben hier eine Rückförderung drin. Diese Rückförderung ist ursprünglich ausgelegt auf eine DC Runner 600. Aber ich bin hingegangen und habe das Ganze ein bisschen abgegradet auf eine DC Runner 800. Warum? Weil ich hier tatsächlich einen Ausströmer dran habe, einen Nozzle dran habe, hier von 3DS, der mir eine turbulente Strömung im Prinzip beschert und verursacht. Der sitzt hier oben. Den kann ich mir einstellen, wie ich den möchte. Und der sorgt mir im Endeffekt dafür, dass meine Strömung ein kleines bisschen noch zusätzlich verwirbelt wird. Wo wir gerade schon bei der Strömung sind. Wir haben dann hier hinten die Smart Drift 3.1 fest verbaut. Also nicht an einer Dreheinheit. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten heutzutage am Markt. Ich habe mich hier tatsächlich dafür entschieden, weil ich mehrere Sachen hier an dem Ausströmer und an der Pumpe verändert habe, die mir tatsächlich erlauben, das Becken hier so zu beströmen, wie es auch tatsächlich im Endeffekt so gut ist, dass eigentlich nichts anderes mehr gemacht werden muss. Das war eigentlich auch so eine Sache. Weil, wie gesagt, der Nozzle, das ist eine Kleinigkeit, entsprechende Sachen zu den Links findet ihr unten in der Infobox. Bei der Smart Drift bin ich hingegangen und habe den Originalströmungskopf hier ausgetauscht gegen einen Whiteflow-Strömungskopf, der im Prinzip ersetzt wird. Man nimmt das alte Gitter runter, setzt einen neuen drauf und hat dann auch noch verschiedene Möglichkeiten. Habe ich die jetzt hier liegen? Ja, tatsächlich. Ja, ähnliches. Habe ich dann hier verschiedene Strömungsaufsätze, die dann im Endeffekt, das ist die Standardströmung, dann geht es hier ein bisschen weiter, das ist so eine Schnecke, dann haben wir hier einen noch breiteren und hier haben wir tatsächlich momentan verbaut den richtigen Whiteflow, der das Ganze noch weiter auseinander drückt und genau das ist auch Sinn und Zweck der Sache hier gewesen, die Strömung so weit auseinander zu ziehen, dass ich tatsächlich überall Bewegung habe. Ja, hier hinten in der Ecke ist klar, da drückt die Pumpe sowieso hin, aber selbst hinten links mein Briareum bekommt vernünftig Strömung ab. Und das war unter anderem natürlich dann auch Sinn und Zweck der Sache. Ja, dann haben wir natürlich, nur ist es nötig, die entsprechende Beleuchtung hier zu benutzen, die auch bei dem Becken mit dabei ist. Das ist die Cube 30, wenn mich nicht alles täuscht. Da haben wir halt die Möglichkeit, fünf verschiedene Lichtstärken auf zwei Kanälen, auf jeweils zwei Kanälen, also jeweils ein Blau-Kanal, ein Weißkanal und diese Kanäle haben jeweils fünf Stufen. Das heißt, wir haben 25 verschiedene Möglichkeiten, hier Licht drauf zu bringen. Momentan läuft es tatsächlich so, dass ich den Weißkanal voll aufgedreht habe und der Blau-Kanal ist auf der viertletzten Stufe. Das heißt, die Lampe läuft eigentlich dann jetzt fast auf Volllast und das ist eine Spot-Beleuchtung, die natürlich jetzt hier unten dementsprechend den Winkel hat. Und das kann man dann hier und da dann auch sehen, dass da halt nicht ganz überall Licht hinkommt, aber für dieses kleine Becken reicht das vollkommen aus. Und wir haben natürlich, dadurch, dass es halt eine sehr komprimierte Lampe ist, haben wir eine Aktivlüftung oben drin, die hier tatsächlich ab und zu mal anspringt und nicht dauerhaft läuft. Ist also nicht wirklich großartig störend. Das nächste, was wir hier definitiv haben und brauchen, wo ich auch denke, ja, ist notwendig, ist der Abschäumer, der hier hinten verbaut ist von der Firma Aquamedic. Der Abschäumer sitzt hier hinten drin und ihr seht, normalerweise sitzt hier hinten eigentlich eine Glasplatte drauf, die das Ganze in Form schön zumacht. Ich habe sie weggenommen, weil ich das Ganze hier noch aufgerüstet habe mit weiterer Technik. Von daher ist die Glasplatte nicht drauf. Der Abschäumer ist von mir auch modifiziert worden und zwar in Hinsicht dessen, dass hier oben, blende ich euch mal mit ein, ein entsprechender Schlauch in den Absorbatstopf da oben reingeht. Und von meiner Dosierpumpe dementsprechend ausgesaugt wird zweimal am Tag. Weil ich bin ein fauler Mensch und habe auch nicht im Urlaub die, ich sage mal, die Vertretung, die mit so einem kleinen Ding dann umgehen kann. Und da habe ich mir gedacht, machen wir es doch einfach. Setzen wir einfach die Ansaugseite einer Dosierpumpe hier oben dran und ich lasse den zweimal am Tag 50 Milliliter da oben rausziehen. Ob da auch 50 Milliliter drin sind, ist relativ egal. Aber diese 50 Milliliter sind eingestellt an der Dosierpumpe. Die läuft und bringt das unten dann in einen entsprechend bereitgestellten Behälter. Zeige ich euch gleich noch. Ja, was haben wir noch drin, was wichtig ist, ist natürlich die automatische Nachfüllung. Hier haben wir verbaut einen Osmolator 3 der Firma Tunze. Der ist natürlich absolut top. In meinen Augen vielleicht ein bisschen too much, aber er tut tatsächlich das, was er soll. Es soll ja demnächst noch einen entsprechenden Osmolator Nano geben, der preisgünstiger ist, der nicht ganz so viele Sicherheitseinrichtungen hat, aber Sicherheitseinrichtungen in anderer Art und Weise. Also sprich, da sind Sensoren eingespart worden. Dann ist das Ganze auf Zeit umgemünzt. Wird demnächst kommen. Werden wir sehen, ob ich den vielleicht noch vorstellen kann. Hier ist jetzt halt der Osmolator 3 verbaut, weil ich ihn halt bekommen habe von der Firma Tunze. Da muss ich dann auch sagen, vielen lieben Dank dafür. Und der macht hier seinen Job im Nachfüllbereich. Ich blende euch nochmal hier oben den Nachfüllbereich ein. Da habe ich nämlich im Prinzip ein kleines bisschen DIY gemacht. Hier oben die entsprechenden Schläuche, wo nachgefüllt oder dosiert wird. Da habe ich einfache Schläuche von der Osmoseanlage, diese blauen Schläuche, warm gemacht, leicht gebogen. Darauf geachtet, dass immer noch genug Durchfluss ist. Und habe die dann hier oben als Winkel drüber gehangen. Und das funktioniert jetzt, seitdem das Becken läuft, problemlos. Und auch für die Nachfüllung beim Osmosewasser, das gleiche Spiel, wird auch ohne Probleme hier oben nachgefüllt. Und der Sensor vom entsprechenden, ja, von der Nachfüllanlage arbeitet hier problemlos. Ist mit einem Magneten befestigt, das kennt ihr ja von dem Tunze-Osmolator. Ja, und läuft. So, dann seht ihr dieses Monster hier oben drauf. Das ist jetzt tatsächlich für die entsprechende Jahreszeit gerade wichtig. Ich denke, im Winter werde ich ihn wieder abbauen. Das hier ist die X-Flow 3000. Das ist ein Querstromlüfter, also sprich ein Walzenlüfter, den ich hier auch dementsprechend auf mein Becken um- und einstellen kann. Den könnte ich jetzt hier seitlich dran packen. Dann wäre die Optik nach hinten nicht ganz so gestört. Der nimmt mir so ein kleines bisschen Licht weg. Aber tatsächlich habe ich in dem Bereich nicht so viel, oder habe ich keine Korallen stehen, in denen ich jetzt das Licht klaue. Deshalb habe ich ihn hier so montiert. Ist auch eine Sache, die eigentlich im Moment nicht sein muss. Wenn es nicht so warm ist, dann kann man ihn abbauen. Der hat einen separaten Controller dabei, einen T-Controller, der hier unten mit verbaut ist. Da stelle ich eine entsprechende Temperatur ein. Und in dem Temperaturbereich arbeitet der und hält mir dann tatsächlich hier bei diesem kleinen Becken die Temperatur sehr, sehr gut. Und weil auch dementsprechend viel Leistung hier oben rauskommt. Das ist so ein Gerät, wo ich sagen muss, erstmal bei einer normalen Raumtemperatur bräuchte ich es nicht. So, dann wollen wir mal gucken, was haben wir noch. Ja, nicht zu übersehen. Hier hinten ein entsprechender Fließfilter, ein Nano-Fliesfilter, auch von der Firma 3D-IRS. Ihr seht hier seitlich haben wir die Prototypen stehen, die ich hier mit dem Benedikt zusammen getestet habe, entwickelt, zusammen entwickelt habe hier. Was wir am besten verändern können, wie wir es machen können. Da hinten steht die fertige, finale Version jetzt drin, die einerseits sehr, sehr gut funktioniert, die auf dieses Becken abgestimmt ist und die, wie ihr hier hinten seht, blende ich auch nochmal separat ein, einen Motorantrieb hat mit dem Schirmerschalter, der mir im Prinzip dafür sorgt, dass der Vorschub automatisiert ist und ich da nicht tagtäglich selber von Hand dran muss, um das um- und einzustellen. Von daher finde ich, ist eine Sache, die ist schön, also ihr seht selber, das Wasser ist kristallklar dadurch, der Filter holt einiges hier raus und das soll man gar nicht glauben, was da noch ein Dreck dann doch im Endeffekt rauskommt. Kann man machen, muss man aber nicht. Das Schöne an diesem Filter ist, der ist für dieses Becken tatsächlich nicht wirklich teuer. Die Grundversion ohne Motor liegt bei 50 Euro, fertig montiert. Inklusive einer Rolle. Und das Upgrade dann halt in den motorbetriebenen Zustand, das ist dann wieder ein DIY. Da bekommt ihr beim Benedikt auf der Seite im Prinzip das Kit, das Rahmen-Kit, beziehungsweise Gehäuse und Achse und noch Aufnahme für den Schwimmer, für den Fünfer. Also tatsächlich 5 Euro und müsst euch dann halt noch auf Amazon, haben wir eine Liste erstellt. Da sind die Elektro-Teile drin, also sprich das Netzteil, ein paar Kabelchen, Schwimmer-Schalter und Motor. Die vier Teile sind da. Den Kabel kann man weglassen, man kann das Netzteil direkt anschließen, wenn man möchte. Man muss ein bisschen löten. Werde ich euch nochmal in einem separaten Video zeigen, was da zu tun ist. Aber es ist keine große Hexerei und das Ding macht einen Bombenjob. Ja, habe ich sonst noch was hier oben? Ja, natürlich. Wo wir von Temperatur eben gesprochen haben, natürlich die Heizung. Wir haben hier drin verbaut den autark laufenden Mini-Heater der Firma Aquamedic. Blende ich euch auch mal separat mit ein. Das ist hier die 75 Watt Version. Und ja, der hält, wenn es hier drin kalt ist. Also sprich, als ich das Becken gestartet habe, war es ja draußen noch nicht so warm. Da hat er mal ein bisschen arbeiten müssen. Wenn es wirklich in den Bereich so 14, 15 Grad Umgebungstemperatur geht, dann hat er schon ganz kräftig damit zu tun. Also normale Raumtemperatur, 18 bis 20 Grad. Dann kriegt er auch die Temperatur gut hochgeheizt bei 75 Watt Leistung. Das geht dann schon. Aber wenn es dann halt in einem Raum steht, wo es wirklich kühl ist, dann hat er schon damit zu tun. Also da könnte man gegebenenfalls auch einen etwas stärkeren einsetzen, wenn der Platz das dann dementsprechend hergibt. Das ist ja das Nächste. Am Anfang habe ich hier auch noch, beziehungsweise läuft jetzt auch noch, mit dem Senai Reef gearbeitet. Der hat halt den Vorteil, dass ich da sehen kann, was an freiem Ammonium und Ammoniak hier im Becken verfügbar ist. Somit überwache ich so ein kleines bisschen, wie meine Nährstoffe umgesetzt werden. Ob sie umgesetzt werden, ob es weniger wird, ob es mehr wird, ob es schädlich wird für die Tiere aufgrund des pH-Wertes. Den kann ich nämlich da auch ablesen. Das ist dann so ein kleines Gimmick on top. Muss man nicht haben. Ist aber sehr nice gewesen und hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Nachteil an der ganzen Sache ist, ist kein Nachteil, aber das müsst ihr wissen, ihr habt im Prinzip so kleine Slides, die da eingesetzt werden. Diese Slides halten 30 Tage. Diese 30 Tage, da könnt ihr dann halt den pH und NH3 ablesen. Also Ammonium, Ammoniak. Und alles andere, was der halt noch zusätzlich anzeigt, wird halt errechnet. Sauerstoffgehalt. Das Licht könnte man auch messen, wenn man das möchte, wenn man das Gerät anbringt. Ich habe es jetzt hier hinten im Schacht verbaut und tatsächlich nehme ich eigentlich nur noch die entsprechenden Daten vom pH-Wert und vom Ammonium und Ammoniak ab. Entsprechend zum Scenariff wird es auch noch ein separates Video geben, wenn ich dann endlich dazu komme. Aber versprochen, es wird kommen. So, kommen wir jetzt zu dem geheimnisvollen Schrank und was da noch so alles drin ist. Ja, wie gerade eben schon gesagt, wir haben hier natürlich verbaut die Mess- und Regeltechnik noch zusätzlich, die man verbauen kann, verbauen könnte, wenn man das möchte, aber nicht muss. Hier oben haben wir einmal den Korallenwächter verbaut, der Firma Covalytics. Der geht hin und misst mir im Prinzip mein KH, mein Kalzium und mein Magnesium. So, in einem Becken, wo relativ viele Weich- und Lederkorallen sind, ist natürlich der Magnesiumwerk relativ interessant. Aber tatsächlich haben wir bisher auch dort keinen Verbrauch oder keinen nennenswerten Verbrauch gehabt. KH habe ich tatsächlich mal eine Dosis nachführen müssen. Da hat es sich aber tatsächlich nicht gelohnt, das Ganze jetzt über eine Dosieranlage zu machen. Wobei hier die Dosieranlage der neuen Generation, der Evo, das ist ja die Evo 1 hier, lässt sich auch über die App steuern. Das heißt, wenn mein KH-Keep, mein Korallenwächter hier, die entsprechende Messung gemacht hätte und ich hätte gesagt, oh, das ist jetzt aber zu wenig, dann hätte ich zumindest den KH über diese entsprechende Dosierpumpe nachsteuern können. Das ist im Bereich des technisch Möglichen. Also, wir haben jetzt hier ganz einfach, ganz simpel verbaut, die gute alte Evo 4. Bei der Pumpe muss man halt wissen, die, auch genauso wie die neue Evo, dosiert im Bereich von einem Milliliter. Also, sprich, die kleinste zu dosierende Menge ist ein Milliliter. Heißt im Endeffekt, wenn ich jetzt hier bei ATI auf die Seite gehe und mir meine Nährstoffe ausrechne, die ich hier reingeben will und soll, wie eben schon gesagt, glaube ich, 0,48 war angegeben von N und P, dann habe ich natürlich mit dieser Dosierpumpe erstmal ein Problem. So, ich bin jetzt hingegangen und habe das Ganze so hoch verdünnt, dass ich eine Menge von 2 Milliliter dosiere. Heißt, ich habe einen Teil von den Nährstoffen reingepackt und noch drei Teile Osmosewasser hinzu. Das heißt, das ist vierfach hoch verdünnt. Wenn ich dann 2 Milliliter dosiere, habe ich tatsächlich im Endeffekt die 0,48 Milliliter hinzugegeben, die ich zugeben wollte. So, die entsprechenden Flächlein stehen hier hinten. Die sind angeschlossen. Da habe ich zwei Kanäle mit belegt. Das ist der erste Punkt. Den dritten Kanal auf dieser Dosieranlage habe ich, wie gesagt, hier oben in meinem Abschäumer angeschlossen, der dann hier unten in das entsprechende Behältnis entleert wird. Das geht dann direkt von der Pumpe runter. Und gleichzeitig ist das Behältnis auch dafür da, um das Abwasser vom Korallenwächter, von den Messungen, hier unten auch aufzunehmen. Ja, dafür, für den Korallenwächter brauchen wir dann halt auch A, ein festes Behältnis, weil das nicht zurückgeführt werden kann. Das sind halt Chemikalien, die nicht ins Aquarium gehören. Und er braucht auch tatsächlich entsprechend Osmosewasser, einen Osmosewasserzugang. Der nimmt sich das Ganze hier unten auch aus meiner OBI 5000, aus dem Behälter hier unten. Das sind 9 Liter. Damit komme ich so ungefähr hier bei dem Becken knapp anderthalb Wochen mit hin. Ja, was haben wir noch verbaut? Tatsächlich haben wir hier unsere Pumpensteuerung. Hier oben ist die Steuerung für die X-Flow 3000. Und dann haben wir hier auf der Seite ganz klein und versteckt die Steuerung für den Abschäumer. Noch was vergessen? Ich glaube tatsächlich nicht. Die Ansteuerung für den Senai Reef, der ist hinter meinem Schrank versteckt. Der sitzt hier direkt mit dem Server verbunden. Und ja, das ist im Prinzip die technische Seite, die hier im Endeffekt verbaut ist. Und was brauchen wir jetzt tatsächlich nicht? Wir bräuchten zum Beispiel den Korallenwächter nicht. Wir bräuchten den Senai Reef nicht. Wir könnten Abstriche machen bei der Osmosezuführung. Also da ist ja jetzt der Osmolator 3 verbaut. Da könnte man auch andere Varianten, optische, nehmen. Eine Schwimmervariante würde ich tatsächlich hier nicht nehmen, weil es halt wirklich sehr, sehr eng ist. Da ist ein optischer Sensor definitiv im Vorteil. Wie gesagt, Tunze wird in nächster Zeit die Nano-Version zu diesem Osmolator rausbringen. Die wird dann noch einen Tacken günstiger werden, weil das Gesamtsystem, so wie es hier im Prinzip steht, mit Lampe, Abschäumer, Rückförderpumpe und Becken, liegt ja gerade mal knapp bei, ich glaube, 390 Euro. Ich blende euch nochmal die verschiedenen Varianten, verschiedenen Preisen nochmal eben mit ein. Ist auf jeden Fall nicht wirklich teuer und ich finde, da hat Aquamedic definitiv einen sehr, sehr guten Wurf mitgemacht. Kommen wir aber mal zu dem, was hier drin noch so abgegangen ist und momentan abgeht. Tatsächlich seht ihr, dass die Korallen sehr, sehr gut hier stehen. Ich gucke mal, ob ich ein Bild vom Anfang finde und dann vergleichen wir das mal mit dem, so wie es jetzt aussieht. Also Fakt ist, meine Korallen stehen gut, meine Korallen wachsen und was auch wächst hier in diesem Becken sind Kugelalgen. Aber irgendetwas ist ja immer. Tatsächlich habe ich bisher kein Problem mit entsprechenden Glasrosen, aber dafür habe ich Kugelalgen hier drin. So, jetzt habe ich hier zwei Möglichkeiten. Einerseits habe ich die Möglichkeit natürlich, den kompletten Riffaufbau rauszuheben, weil der ja hier tatsächlich an einem Stück ist, bis auf die Insel vorne, kann ich rausheben, nach unten in das große Becken einsetzen. Dann machen sich dort meine Docks und der Fuchs über die Kugelalgen her. Das Spiel hatten wir schon mal, das habe ich schon mal gezeigt. Und das ist die eine Variante, die ist natürlich lästig. Da muss ich unten gucken, dass ich das in irgendeiner Form positioniere. Dann muss es eine Zeit lang da unten drin sein. Dann muss hier oben alles abgeschaltet werden, aber das Wasser darf auch nicht kalt werden und, und, und. Ist dann dementsprechend ziemlich aufwendig. Und die Frau ist auch nicht glücklich, weil ich mit dem Ding hier durch das Haus laufe. Von daher ist da definitiv zu viel Potenzial für schlechte Stimmung. Nicht nur bei meiner Frau, sondern auch bei mir im Endeffekt. Die nächste Variante probiere ich gerade, ob das funktioniert. Ich habe hier eine Mietrax-Krabbe eingesetzt. Aber wir alle wissen oder viele von euch wissen, dass die Tiere zu 99 Prozent mal nicht das tun, was sie tun sollen. Zum Großteil. Die finden dann andere Sachen leckerer, als sie das, was sie eigentlich futtern sollen. Nämlich hier meine Kugelalgen. Tatsächlich sieht es auch bei dieser Krabbe hier danach aus, dass sie gerade was anderes leckerer findet. Muss ich noch im Auge behalten, kann ich jetzt gerade aktuell so noch nichts wirklich zu sagen. Aber die entsprechenden Infos bekommt ihr definitiv in meinen Lives, die an jedem Wochenende einmal stattfinden werden. Außer natürlich gerade momentan dieses Wochenende und vielleicht das nächste Wochenende nicht. Also tatsächlich habe ich hier mit diesem Becken, mit dem Beckenstart, den ich hier gemacht habe, und mit dem, wie ich das Becken versorgt habe, keinerlei Probleme gehabt. Ich habe keine Algenblüte gehabt, ich habe keine Nährstofflimitierung gehabt. Die Korallen standen jederzeit sehr, sehr gut, direkt von Anfang an. Die Schnecken, die ich hier eingesetzt habe, das sind die mexikanischen Turboschnecken, die haben von Anfang an direkt Vollgas gegeben und haben dafür gesorgt, dass sich keine Algen, also keine, die Kugelalgen fressen sie leider nicht, das wäre zu schön, aber keine anderen Algen, Büschelalgen oder ähnliches, dann halt hier auf dem Substrat sich breit machen. Das ist jetzt immer noch so der Fall. Also es ist tatsächlich nichts an Büschelalgen oder sonst was hier drauf. Also die Schnecken machen tatsächlich das, was sie sollen. Die sind hier ganz kräftig am Arbeiten. Also da kann ich die mexikanischen Turboschnecken, also die karibischen Turboschnecken sind das, das sind die, die, wenn sie es zusammenziehen, die haben auch unten drunter einen Schutzdeckel und sind leicht anders aufgebaut. Ich gucke mal, ob ich eine für euch einfangen kann von der Optik her und dann lende ich euch die mal ein. Also die kann ich euch auch definitiv ans Herz legen. Die machen hier einen richtig guten, guten Job. Besser wie die normalen Turboschnecken. Ja, und an Tieren beziehungsweise an Korallen war es das jetzt eigentlich schon. Hier sind die Krabbe dazugekommen. Mal gucken, wie sie sich verhält. Ich hatte kurzzeitig hier, habe ich dieses Becken als Quarantänebecken genommen für meinen Kofferfisch, den ich für das Becken unten bekommen habe. Der hat tatsächlich die Problematik gehabt, dass er nicht ans Frostfutter gegangen ist. Den habe ich dann hier oben erstmal auf Lebenfutter probiert und dann ist er hier oben direkt ans Lebenfutter halt rangegangen und anschließend hat er dann auch tatsächlich das Frostfutter gefressen. Jetzt ist er wieder nach unten, seit heute. Und ich werde das dann mal unten beobachten, ob das funktioniert oder nicht. Aber definitiv, für sowas kann man so ein kleines Becken natürlich auch benutzen. Und da sich hier an den Werten generell nicht so viel ändert, ist das wirklich sehr, sehr pflegeleicht. Wenn man jetzt nicht die ganze hochgesichtete Technik, die ich jetzt hier noch zusätzlich reingesetzt habe, reinbaut, sondern wirklich nur die Grundversion nimmt in Bezug auf Beleuchtung, Strömung, Abschäumung, ein bisschen Temperaturkontrolle, das reicht eigentlich schon. Und damit kommt man tatsächlich mit so einem einfachen Bestand hier relativ schnell an ein recht schönes, einfaches, funktionierendes Becken. Wenn man natürlich jetzt hingeht und Fische einsetzt oder wenn es Fische in dieser Größe gibt, gibt es ja diese kleinen Jascha-Grundeln, deshalb heißt das Becken ja auch Jascha, oder andere kleine Fische, die kann man natürlich hier einsetzen. Aber dann hat man natürlich auch wieder mehr Aufwand, dann Anreicherungen, da muss man dementsprechend füttern und, und, und. Das ist dann nicht so simpel, aber es funktioniert natürlich, das geht. Aber je mehr man möchte, desto mehr Arbeit muss man bei so einem kleinen Becken auch tatsächlich investieren. Jetzt habe ich da oben ein Stück von der Valida und ein Stück Monty, nicht Monty, Milka hingeklebt und gucke jetzt mal, wie die sich im Endeffekt da oben verhalten und ob das dann tatsächlich möglich ist. Weil wir haben ja eine entsprechende Messung gemacht, wir hatten hier unten noch, glaube ich, zwischen 80 und 100 Paar. Hier in der Mitte lagen wir aber ungefähr 150 und hier oben so um die 200. So, und das ist dann so gerade der Bereich, der natürlich für die SPS funktionieren könnte. Und genau das bin ich gerade am testen. Alles in allem gibt es aber trotz alledem von mir, was heißt ich trotz alledem, gerade weil das hier alles so schön problemlos läuft, einen großen Daumen hoch natürlich für dieses Becken. Das ist definitiv eine Kaufempfehlung von mir, weil dieses Becken auch wirklich formschön ist. Es ist gut verarbeitet. Wir haben hier eine Kantenverklebung, eine Schrägkantenverklebung drin. Es ist hochwertiges Weißglas, sehr schön durchsichtig. Also man hat eigentlich fast den Eindruck, dass hier ein Würfel Wasser stehen würde, wenn halt nicht diese dunklen Kanten wären. Aber irgendwas ist ja immer. Von daher muss ich sagen, also definitiv ein ganz dickes Lob an die Firma Aquamedic hier, die dieses Becken designt und entwickelt hat und jetzt hier wirklich für einen guten Preis auf den Markt bringt. Finde ich genial. Schrank ist immer so eine Sache. Da haben sie gesagt, das ist einerseits für die Leute natürlich schön, wenn sie ihn dazu kaufen können. Aber die Schränke sind halt auch nicht gerade günstig, gerade in der heutigen Zeit. Und Sonnenbecken kann man sich eigentlich tatsächlich auf fast jeden normalen Schrank draufstellen. Also die müssen auch nicht viel aushalten. Das 90er, das wird vielleicht maximal an die 100, 110 Kilo kommen. Hier bei dem 60er, denke ich, werden wir mit ungefähr an die 80 Kilo vom Gewicht her sein. Und da kann man halt einen normalen Schrank hier auch nehmen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Becken ist cool, Becken läuft. Und ich würde sagen, ich habe wieder mal zu lang geredet. Wahrscheinlich ist es vielleicht sogar ein Zweiteiler geworden, weiß ich nicht. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Solltet ihr noch Fragen oder Ähnliches haben, schreibt es runter in die Kommentare. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. In diesem Sinne, schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Viper. Ciao. Ciao. take care. Ciao.